Hier bin ich. Zusammenficken, ne? Wir hätten auf B draufgekommen, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von vier großen Jindos gefickt. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. So, liebe Leute. Herzlich willkommen hier zurück bei Transport Fever. Ja, wie ihr schon sehen könnt. Ich habe das Spiel jetzt auf Deutsch umgestellt. Das geht über Steam. Könnt ihr einfach schauen und dann... Ja, gehen wir hier auf Gütertransport. Hier haben wir schon eine Medaille. Hier auch. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um den Gütertransport. Wie der denn so funktioniert. Was es da so für Grundlagen gibt. Und ja. Das klingt schon mal sehr interessant. Und ja. Deswegen. Wir schauen mal rein. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Tutorials es gibt. Schauen wir mal. Ich denke mal, es wird noch so einige geben. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber ich will unbedingt die Tutorials mit euch spielen. Ähm. Falls ihr. Ähm. Ja. Die Tutorials. Langweilig findet. Oder doof. Ähm. Dann tut es mir sehr leid. Ähm. Kann es nicht ändern. Aber ich bin ja auch irgendwann mit den Tutorials fertig. Ne. So ist es nett. Und deswegen. Denke ich. Ist es okay. Ich habe die Grafikeinstellung. Äh. Also beziehungsweise die Grafik habe ich komplett runtergestellt. Ähm. Und ich bin jetzt. Sehr gespannt. Ähm. Ähm. Ob, ähm. Ob, 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 ob. Jetzt. Ähm. Die FPS besser sind. Es wäre. Peinlich, wenn nicht. Und schade, wenn nicht. Äh. Äh. weil es eigentlich echt ein cooles Spiel ist und durch die Performance echt schon wieder hier eigentlich ziemlich nach unten gezogen wird ausgeglichene Bewertungen bei Steam und das ist einfach schade für so ein tolles Spiel aber wir schauen mal wie so das Spiel aussieht auf Low auf den Lowsten Einstellungen und vor allen Dingen wie jetzt die FPS sind ob das im Verhältnis steht, ob das gut ist schauen wir einfach mal so, das ist jetzt übrigens die erste Aufnahme mit meiner neuen Soundkarte meine alte Soundkarte hatte mehr Probleme, das hört man bei Sherlock Holmes ab und zu dass es einfach anfängt so richtig laut zu rauschen und zu knacken und so natürlich das grundlegende Rauschen vom Mikrofon ist noch da, wenn ich nicht rede oder das Spiel sehr leise ist, dann müsstet ihr das noch ein kleines bisschen hören aber das ist einfach ganz normal das Mikrofone rauschen die einen mehr, die anderen weniger ich werde auch irgendwann bald ein neues Headset bekommen das hat vielleicht beziehungsweise das hat auch noch Rauschunterdrückung eingebaut das heißt, da dürfte dann überhaupt nichts mehr rauschen also im Mikrofon selbst ist schon die Rauschunterdrückung drin ähm ja so Überblick die Bewohner der Stadt haben noch andere Bedürfnisse als sich bloß herumkutschieren zu lassen die Stadt braucht Güter für Gewerbe und Industriegebiete diese lassen die Stadt zusätzlich wachsen Zeit die Wirtschaft anzukurbeln falls du einmal nicht weißt wo sich die aktuelle Aufgabe abspielt klicke einfach auf das Fadenkreuz auf der linken oberen Ecke des Aufgabenfensters Alles klar So, okay Versorgen der Stadt mit Gütern äh Schaffe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten werde zum Wirtschaftsmotor der Region es gibt eine ganze Reihe an Gütern sechs davon sind sogenannte Endprodukte die in die Stadt geliefert werden können das Beliefern der Städte fördert deren Wachstum es schafft mehr Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten was wiederum für mehr Einwohner sorgt äh verarbeitende Industriebetriebe welche die Güter für den Endverbrauch in die Stadt produzieren befinden sich außerhalb der Städte hier zum Beispiel ist eine Fabrik die Baumaterial herstellt Baumaterial ist eines der Endprodukte die von der Stadt verbraucht werden und als Rohstoff beim Stein benötigen um hergestellt zu werden Anfang der Produktionsstätte Steinbruch abgebaut der Steinbruch benötigt keine Güter um zu funktionieren und bildet somit den Anfang der Produktionskette der Steinbruch hat bereits mit der Produktion von Steinen begonnen und legt die Güter in seinen Ausgangslager ab dein Ziel ist es diese Waren zur Fabrik für Baumaterialien zu liefern so Industrien verbinden der Steinbruch braucht Abnehmer sorge dafür dass der produzierte Stein seinen Weg in die Baumaterialfabrik findet denn Baumaterial ist einer der wachsenden ist in einer wachsenden Stadt immer gefragt Güter benötigen einen anderen Bahnhofshüben als Passagiere äh den Güterbahnhof achtet darauf die Bahnhöfe so zu bauen dass es im nächsten Schritt möglich ist sie an Straßennetz anzuschließen und auch mit Gleisen zu verbinden die Industrie muss sich im Einzugsgebiet des Bahnhofs befinden damit die Güter von der Industrie zum Bahnhof gelangen alle Gebäude im Einzugsgebiet werden beim Platzieren von Stationen farblich hervorgehoben ja also die FPS sind zwar immer noch scheiße aber sie sind besser wenn alles auf Low steht aber das Spiel sieht halt auch extrem naja aus muss man ganz ehrlich sagen so was haben wir hier okay kann ich hier auch weiterhin ich kann hier auch weiterhin Sachen zerstören das ist schön und mir fällt gerade auf dass ähm ja mein Ingame Sound ist viel zu leise jetzt ist es aber halt nicht so dass ich jetzt einfach hingehen kann und das Spiel lauter drehen kann weil dann hört ihr nichts mehr von meiner Stimme ähm da muss ich nochmal ein bisschen nachjustieren bei meiner Soundkarte ah genau hier kann man das jetzt umstellen okay Güterbahnhof Bahnhof für den Güterumschlag also sind unterschiedliche Arten von Güterbahnhöfen okay so na dann so äh äh Güterbahnhof im grünen Bereich bauen wo ist denn hier ein grüner Bereich ui hier hinten ei 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 so dann machen wir hier alles klar Güterbahnhöfe verbinden die Bahnhöfe sind errichtet nun steht dem Rollen der Steine nichts mehr im Wege außer vielleicht ein unebenes Terrain nicht nichts das sich nicht mit Geld lösen ließe wobei es sich doch lohnt seine Strecke sorgfällig zu planen mhm mhm okay ja mhm mhm da waren wir mit Gleisen verbinden okay alles klar das machen wir doch mal direkt hier so zack also es ist deutlich besser auf den niedrigsten Einstellungen aber auch nicht viel besser ähm könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben ob ich jetzt auf niedrigen Einstellungen spielen soll oder äh auf hohen je nachdem wie ihr wollt so geht das schon mal nicht müssen wir mal anders bauen machen wir mal so dann können wir das hier so machen so okay eine Bahnlinie einrichten ja schon mal können sie wieder Steine schicken zum Glück ist so ein Stein weit weniger anspruchsvoll als ein Pendler hier sind die Linie unter dem Menü und wählen sie anschließend neue Linie halt stellen können bei Klick auf die Haltestelle zur Linie hinzugeordnet werden bla 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 kennen wir ja alles schon zack und zack äh halt zack so Zugdepot bauen und abschließen so jawohl das nächste ist also ein Zugdepot da dann so und einmal hier drauf und einmal hier drauf und dann bauen wir ein Zugdepot eh einmal da also hin ne genau Güterzug kaufen Züge kaufen machen wir mal mit der hier schön dann kaufen wir mal ein paar Wagen so für den Zug der Linie hinzu Linie 1 ja das müsste natürlich miteinander verbunden sein so alles klar Stein liefern hervorragend der Zug macht sich auf den Weg um die erste Ladung Stein abzuholen in der Zwischenzeit kannst du den Steinbruch und die Fabrik Baumaterial anklicken um mehr über die Produktion zu erfahren die Wert der Wertproduktion gibt an wie viel Güter der Betrieb im aktuellen Jahr produziert hat ok der Wert Limit gibt die maximale Jahresproduktion an diese steigt wenn Güter regelmäßig und die entsprechende Menge abtransportiert werden der Wertpotenzial zeigt an wie viele Güter der Betrieb von anderen verbundenen Betrieben empfangen beziehungsweise an diese liefern kann du kannst das Spiel beschleunigen damit der Zug schneller ans Ziel kommt so Oberleitung an aus Bezug gehört diese Einstellung ach da dazu einfach naja na gut dann lassen wir das Spiel mal ein Ticket schneller laufen ne würde ich sagen und ja schauen wir mal hier also hier haben wir den Steinbruch die Quarry genau die Benutzung steht hier noch nein ist natürlich schade aber da machst du nix würde ich sagen ne aber ohne Spaß ich kann das Spiel genauso gut auf hoch spielen Innsbruck Ost an Straßennetz angeschlossen ist oi ja hoppala das ähm erklärt natürlich einiges immer noch nein als Linienbenutzung ok Details Typ ok Diagramm mhm mhm alles klar immer noch nein aber ich werde auf jeden Fall die Grafikeinstellung wieder auf hoch stellen weil es macht nicht performanstechnisch so viel Unterschied leider so jawohl da haben wir noch einen Stein oder drei von acht sogar wow was sind da nur acht Steine rein in einem Waggon ne zwei anscheinend weil ich habe zwei kein Plan egal beobachte wie die Fabrik die ersten fünf Baumaterialien produziert schauen wir mal wie detailliert das denn dargestellt ist kann man sich mittlerweile immer noch Cargo anzeigen lassen ne ich hier zumindest nicht ok fertig Stadt beliefern das Lager der Fabrik füllt sich riecht es drum ab dann baut der Baumaterialien eine LKW-Linie in die Stadt ein bauen wir eine LKW-Station bla 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 ok natürlich auf Güter klicken dann einen großen so zack so was haben wir jetzt und im roten Bereich natürlich auch noch eins bauen hier so kommen mh 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 Gibt es irgendwie so einen Verschiebemodus? Leider nicht, ne? So, jetzt haben wir hier eine Verbindung und jetzt können wir auch noch ein Depot einrichten natürlich. So. Genau, so. Jetzt können wir hier wieder Dingens LKW kaufen. Ne, nichts aufrüsten. Opel Blitz kaufen wir mal. So, komm hier, zack. Zack. Okay, Stadtversorgung. Gratulation. Die Stadt bekommt bald ihre erste Güterlieferung. Der Aufschwung kann beginnen. Als Bundesaufgabe kannst du noch dafür sorgen, dass du mindestens 10% des Bedarfs der Stadt an Baumaterial entdeckst. Ich würde sagen, das machen wir mal schnell, oder? Was haben wir denn hier? Innsbruck hier, zack. 10% an Baumaterial, Treibstoff, ok. Alles klar. So, was haben wir hier noch für Industrien? Aha. Food Processing Plant. Ok, ja. Das ist ja nicht verkehrt. Hier haben wir einen Bauernhof. Schaffhausen Farm. Das ist auch schön. Auch schön. Auch schön. Auch schön. Auch schön. So. Produktion 96. Ja. Warten 6. Ok. Produktion 84. Geschafft. Juhu. Kämmer ans Hauptwindel zurück, würde ich sagen, ne? Gratulation. Du hast das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Ach, guck mal. Das war's schon. So, da würde ich sagen, die ganzen komischen Autosaves, die werden mal gelöscht. Oh, mittlerweile muss man auch löschen bestätigen sogar. Das ist ein neues Feature. Das ist eins der besten Features, würde ich sagen. Weil, bei Train Fever hast du aus Versehen einfach mal deinen Kampagnen-Spielstand gelöscht. Oh, und Europa und Amerika sind direkt dabei. Was fangen wir denn an? Fangen wir mit Amerika an, oder? Ich hab keine Ahnung, mit was wir anfangen sollen. Freies Spiel. Können wir auch machen. Custom. Weltformat 1 zu 1. Weltformat 1. Erweitert. Ok. Flach. Startjahr. Oh, 1950 kann man auch direkt auswählen. Schwierigkeitsgrad kann man auswählen. Zufällig. Ok. Können wir auch eigene auswählen. Weltformat, das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz rein. Einfach so. Einfach, ob wir das mal schon mal ein freies Spiel anfangen, diese Folge, weil... Ich finde, es lohnt sich jetzt nicht mehr, direkt mit der Kampagne zu starten. Äh, was übrigens auch neu ist. Den Kampagnen-Modus gab's vorher auch nicht. Da gab's quasi nur freies Spiel. Das freie Spiel war da quasi die Kampagne in Train Fever. Ich denke, das ist eine coole Erneuerung mit der Kampagne. Da hat man ein bisschen Ziel vor Augen. Ähm, ja. So, da kommt's schon. Wieso lade, das lädt das denn immer so lang, dieses Spiel, ey? Das war auch schon bei Train Fever unerträglich, diese Ladezeiten immer. Ganz am Ende, wenn man dann so eine riesengroße Strecke hatte und so richtig viele Verbindungen und alles Mögliche, das ging zum Teil dann gar nicht mehr. Da hat's auch immer nur 10 FPS noch, in dem Spiel. Ähm, ja, das ist natürlich echt scheiße. Äh, ja, lässt sich leider nicht ändern. Aber ist auf jeden Fall cool, dass es jetzt auch Flugzeuge gibt und Schiffe, das ist schon mal eine grundlegende Änderung, die mir gut gefällt. Sie erweitert das Spiel. Und, ja, deshalb. Nach, komm schon, jetzt lad. Die Ladezeiten werdet ihr übrigens nicht nochmal sehen, denke ich, weil... Werde ich immer nicht aufnehmen. Logischerweise, weil sonst richte ich hier noch mehr einen Ausraster. Und dann, ja, ist's vorbei. So. Cool. Haben wir auch schon geladen, eine Welt. Ah. Hallo? Jawohl. So. Schön, 60 FPS und ich bewege mich zum ersten Mal und schon sind die 60 FPS hinüber. So, und ihr seht schon... 1 zu 3. Oh, ah, jetzt weiß ich, was 1 zu 3 bedeutet. Hehe. Das ist viel mehr in die Länge gezogen, diese Karte. Was ich eigentlich gar nicht verkehrt finde, weil... Ähm, so kann man wenigstens richtig schön, ne, lange Strecken bauen. Aber ich würde sagen, wir nehmen dann... Naja, das können wir eh nicht bestimmen. Dann später im Kampagnenmodus, würde ich sagen, ne. So, Schiff. Frachtschiff und Depot. Ja. Gut, dass es hier auf der Map so viel... Wasser gibt. Alter. So. Schau einfach mal gerade, wie das mit den Schiffen funktioniert. Das könnten sie einem auch eigentlich mal zeigen. Ah ja, okay. So. Dann brauchen wir noch einen zweiten. Bietet sich das denn mal an. Hier. Das Wasser ist aber echt schön animiert, muss man sagen. Sieht sehr schön aus. Und ich habe keinen Plan, ob das durch die Brücken passt. Das Schiff. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, ob das klappt oder nicht. So. So, ein Depot. Ein schönes Depot. Wo stellen wir das denn mal hin? Ich weiß jetzt halt zwar nicht, warum das Depot genannt wird. Dann hätt's auch Werft nennen können. Aber das wäre ja zu fachchinesisch. Für dieses Spiel hier wahrscheinlich. Außerhalb von befahrbarem Gewässer. Na, super. Komm, das hier ist aber befahrbar hier, oder? Oh, leg mich doch, Mann. What is'n dat? Was ist denn das hier alles nicht befahrbar? Glaube ich hab'n Arsch offen. Was ist denn das? Ah, lol. Ja. Ich bin ja auch total dumm. Hehe. Muss so rum sein, logischerweise. So. Putz. Würde ich sagen, einfach mal neue Linie erstellen. Ich will einfach mal schauen, wie's denn funktioniert, oder ob's funktioniert. Na, das funktioniert ja prima, warte. Ist mir das mal egal. Ja, komm hier, alter, easy peasy. Kann ich auch irgendwie Brücken bauen, die... Ja, ist nicht ans Straßennetz angeschlossen, leck mir doch die sonst was. Das ist mir eigentlich erstmal schnurzscheißegal. So, komm, hier, schön. So. Im Prinzip ist es einfach ein verbessertes Train Fever, kann man sagen, hier. Ist nix schlechtes, weil... Ich hab Train Fever gemocht. Ja. Da, jetzt ist auch am Straßennetz angeschlossen. Was machst du jetzt? Tja, hehe. Hat uns nix mehr mega, ne? So. Schiffe kaufen. 216k. Eins ist Passagier, eins ist Güter. Wir nehmen natürlich ein Passagier. Aufmerk 2. Linie zuweisen alle. Linie 1. Und dann schauen wir uns mal an. Was denn dieses neue, schöne Feature von Transport Fever so zu bieten hat? Oha. Oh, das geht sogar durchs Gebäude. Shit. Aha. Ah, das ist natürlich wieder hier sehr schön gemacht. Kann man so sagen. Aha. Er ist das Schiff angekommen. Das ist doch toll. Aber Schiffe sind echt ganz schön langsam, ne? Das ist ja echt krass, wie langsam die sind, ne? Die Behörden reklamieren über die getrennten Straßenverbindungen. Juckt mich nett. Mö. So. Bin am überlegen, ob ich das wirklich auf Low lassen soll, das Spiel. Ich meine, so läuft's natürlich schon geiler, aber nicht wirklich. Also es macht irgendwie keinen richtigen Unterschied, ob ich... Ob ich Dingens, ob ich das auf Low habe oder auf High, das macht mir viel zu wenig Unterschied. Das läuft immer scheiße. Hier läuft's gut, aber hier läuft's auch in Ultra gut, wenn ich so nah rangezoomt bin. Dann könnt ihr mal schauen. Warte mal. Details. Okay, kann man auch mitfahren. Anhalten. Ach, guck mal hier. 22 kmh fährt der gute Zug. Äh, ja, der gute Zug. Ich meine das gute Boot. Ist ein bisschen schade, dass das Wasser nicht animiert ist. Das wär's noch. Dies wär das Highlight hier, ne? So, ich würde aber sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und, ja, ich mach mal hier wieder aus, ne? Speichern tue ich nicht. Ähm, weil das war jetzt wirklich nur so ein kleiner Test. Ich würde sagen, nächste Folge fangen wir dann wirklich mit der Kampagne an. Und, ja, deswegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Kampagne. Ich freu mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.